Wir sind Kunde und Partner seit 23 Jahren jetzt mit der Volksbank. Wir waren vorher bei einer anderen Bank in Bremen, da waren wir nicht mehr zufrieden und die Volksbank hat jetzt auch unsere drei Studios insgesamt schon finanziert. Unser erstes Studio in Wildeshausen und das zweite Studio in Saarstedt und jetzt die dritte Anlage in Bassum ist alles über die Volksbank finanziert worden. Das besondere in Bassum ist unser vielseitiger Kursbereich mit den Less-Miles-Kursen. Auch Jumping ist sehr beliebt oder Indoor-Cycling. Viele Gruppen buchen Extrakurse außerhalb des Kursplanes. Special-Kurse werden angeboten an den Wochenenden oder Bildungsurlaube finden statt. Auch die Schulklossen kommen immer gerne und sind für vier bis sechs Wochen bei uns. Hier befinden wir uns in unserem Cyclingraum in Bassum. Dasselbe Angebot gibt es auch in unseren Fitnessanlagen in Wildeshausen und Saarstedt. Auch wir als Volksbank wissen natürlich, dass man in der Fitnessbranche immer den neuesten Trends folgen muss. Hier haben wir die Möglichkeit beispielsweise über unsere Feuer SmartFinanz die Finanzierung von den Fitnessgeräten kostengünstig zu realisieren. Lebenswerk условium. Kunde. Kunde. W Hela Kunde. 2 1 1 1 2 2